Du bist der blaue Rene. Ja, geil oder? Ich bin der kleine Runde. Ich wollte der kleine Runde sein. Jetzt bist du der große Lange. Was muss ich eigentlich jetzt hier machen? Du musst mit F pingen an die Wand. Dann nochmal oben über die Portal-Kanone. Und jetzt kannst du durch das Portal und schnappst dir die Waffe. Ah, wunderbar. Ja, ich sehe euch und es ist mir egal. Ich habe nicht dir gewunken. So. Bist du hier rüber? Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Seid ihr defekt? Äh, ja, ich komme jetzt gleich. Das ist ja jetzt Teil des Tests. Du kannst zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. RIP! Yeah! Ey! Da ist der... Oh, it's dark! Okay! Kalibrierung Gewicht Bloop. Ja! Ach so, scheiße. Hey, jetzt okay. Das war eben mal ein Witz. Okay. Ne, doch nicht. Okay. Arsch! Okay, ja. Okay, okay. So. Bip! Tiu! Gute Hochkopf. So, jetzt. Es geht ja flott hier. Da ist ein Knopf. Was tut der wohl? Ein Würfel! Ein Kubus! Jupp! Ne, gibt das nicht hier auch diesen haptisch Liebkubus oder sowas? Wie heißt der denn nochmal? Ja, der Lost Cube. Sie ärgern sich, wenn man sagt, die Gewichtsabweichung ist über oder unter der Norm. Er ist cheeky. Oh! Nein, der Würfel! Los, nochmal. Gut gefangen, Orange. Heiß Maul. Ich will mich verarschen. Warte, warte, ja! Ey, lass den jetzt mal fallen. Soll ich ihn nochmal ins Wasser werfen? Nein! So ein bisschen Counter-Strike mäßig. So ein bisschen Counter-Strike mäßig. Möp! 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 So, jetzt erstmal High-Five! Wie hat als erste Roboter die Kalibrierung geschafft? Möp! 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 Ja, du hüpf! die hat mal geschenkt gekriegt. Oh. Das gehört nicht zum Test. Verlad noch mal, wie machst du das? Da kannst du dann, wenn du Q drückst, kannst du so Gesten auswählen. Ich kann nur eine auswählen. Ihr scheint menschliche Eigenschaften auszuprägen. Die von der schlimmsten Sorte. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Das ist total geil. Dann können wir das mal ausstoßen. Ja, was macht? Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Ach, Glados, klingt nicht so aus. Ich hab den Erfolg hoch die Tassen gekriegt. Wurden wir hier grad wieder demontiert? Ja. Okay. Demontiert. Ja. Welch unglaublich lange Ladezeiten. Ja. Warten auf ihren Partner. Ja, das hängt natürlich wieder nur an dir. Ja, 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 ja. Eben stand da Warten. Bei mir steht auch Warten auf ihren Partner. No. Ich hab's nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschen. Und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Mein Gott, wie viel hast du denn hier schon gemacht? Warte mal. Warte mal, wir müssen mal wieder zu Plattform 1. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Möp, 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 Möp. So. Teamaufbau. Möp, Möp. Was machst du da? Level 1? Nein, Level 1. Wir sind jetzt in Level 6. Yeah. Haha, du bist schon drin, ne? Ich bin wieder draußen. Wup. Was für ein Level haben wir denn jetzt? Level 1. War das nicht gerade eben Level 1? Nee, das war, äh, Training. Ahhhh. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Hahaha. Ach so. Äh, hier ist noch einer. Toller. Toller. Tolles Wurfel. Ah, ich kann dich sehen. Yo. Was geht ab? What's up? Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Warum komm ich nicht da gerade hin? Hey. Hey. Guck mal oben ins Bild. Hey! Hey du Arsch, ich will da oben hin! Oh nein, jetzt wär er verkackt. Äh. Seig mir da draußen. Genau. Jetzt fata er da- Ah! Du Dreckenskiss! Du Dreckenskiss! Geh ruhig mal vor. Ne, ne, ich mach das nicht nochmal. Ist das nicht auch der Kopf von dem einen, der hier später so böse wird in der Kampagne? Ne, ne, das meinst du nur. Die sehen sich nur ähnlich. Ich wusste es ganz genau. Ja, ne mit ne zur Böse. Ne, mach nochmal auf für ne. Mach nochmal aus. Ich muss noch ein Portal schießen. Achso. Das hast du ja zerstört eben. Kannst du dich schreiben. Na komm! Na komm! Komm! Ey! Komm! Langweiler! Stirb doch endlich! Nein! Geh rein! Geh da jetzt rein in das Portal! Ne! Böse! Ja! Jetzt komm raus! Nein! Wir wollen sie nicht nur gegenseitig umbringen! Ja! Nur nicht! Es gibt ja manche, die versuchen da ja ein bisschen seriös zu wirken! Nein! Ja! Wir sind auch so welche! Wir sind auch so welche! Natürlich! Natürlich! Ha! Natürlich! Uff! Nö! 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 nadatada! nadatat apada! Dinalini! Zim! Stell dir vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten! ich dachte das sei interessant für gewinner jedenfalls okay okay ja da ist ne zeit jetzt komm mach hier so du peter enes geht da mal rein ja hallo ursprünglich erfassten diese kameras momente höllischer schmerzen und qualen von testsubjekten wenn die testsubjekte überlebt haben konnten sie die fotos für 5 dollar kaufen sie erhielten ihre angehörigen die bilder kostenlos die fotos waren nicht so beliebt also erhielten die kameras einen neuen zweck ich weiß doch gar nicht was ich tun soll ich drücke hier einfach nur knöpfe du musst erst hier runter und dann müssen wir beide hoch und dann wir müssen alle knöpfe innerhalb der zeit drücken achso links von uns sind heim ich hab einen ball ich hab einen ball jetzt kommst du hier runter mein gott ich werde ihn beschützen was soll er denn hier da oben wo ist er jetzt hin hey gib mir den ball mein ball mein ball stop ja 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 ich kann immer so ein bisschen durch meinen rücken gucken das ist leicht seltsam p-buddy p-buddy aha sofern kommunikation teamarbeit und gegenseitiger respekt nicht stets gewährleistet sind sind diese test potenziell tödlich angesichts des bisherigen verlaufs wird dies für eine echte herausforderung komm jetzt au ich sterbe hier du stehst ich sterbe du stehst du stehst bist du verrückt ah ah bist du des Wahnsinns ja den kannst du da hinstellen ne den musst du doch gar nicht tragen achso wenn ich jetzt auf die andere Seite dann bin ah 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 nein 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 ist in Ordnung ist in Ordnung hey hey du Arsch ha ha nein ach hast du davon ha ha hey hey ja gut so ha 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 so warte mal wo sind wir denn jetzt da da muss eins hin ja genau Einfach mal Knöpfchen drücken. Wow! Wer soll er denn? Aus! Los, es muss wieder aus! Auf! So, jetzt? Achso. 18. So, du musst dann da und da noch eins platzieren. Okay. Oh verdammt. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinflussen. Oh nein! Ich wollte den gern mitnehmen. Nix da! Hier wäre noch eine nützliche Waffe gewesen. Nützliche Waffe im Kampf gegen wen? Naja, so ein bisschen gegen dich würde ich sagen. Jajaja, das war eh aufgeschaltet. Da hättest du nix mit anfangen können. Naja, ich hättest auch werfen können. Was hast du denn hier gemacht? Das war ich nicht. Das war ich echt nicht. Ja, hallo? Ich teleportier mich rüber einfach nach dir und vergang an schnickschnack Stumpf zu spielen. Ich war das nicht. Oh, oh, oh. Bin du ins Labyrinth oder soll ich? Bin du oder ich, du oder ich, du oder ich. Ich geh. Wien! Scheiße, falsche Entscheidung. Du wirst mich umbringen. Nein. Komm. Ich weiß nicht, dass man hier keinen Stinkefinger zeigen kann. Du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Du, ich bringe dich um. Nein, jetzt komm ich, das war doch nur ein Spaß. Das war doch nur ein Spaß. Das war doch nur ein Spaß. Ein kleiner Spaß, unbedeutend. Unbedeutend. Verwaltend. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Ich muss geradeaus durch. Ja, genau. Satz hier um ein Portal. Yo. So, jetzt. Geh ronder. Was machst du hier? Was zur Hölle? Warte mal, musst du da ein Portal platzieren? Ich denke nicht. Schön hier drin. Ja, Genius, da kommst du zu, ja. Wo muss ich denn hin? Oh nein, hör auf! Das war knapp, Entschuldigung. Ähm, wir müssen, ja warte mal, ich fahr das Ding jetzt mal hoch, gehst du erst mal runter. Okay. Erstmal kurz überlegen. Ja, dann platzierst du da unten jetzt mal kein Portal, ich hab keine Ahnung. Platzier unter dir mal ein Portal. Ja genau. So, jetzt gehst du dann wieder da durch. Durch das Portal. Jetzt, nein! Irgendwie hab ich so ein bisschen Angst zu sterben. Läufst du da hin, bitte. Ja genau. Jetzt gehst du da drauf. Jetzt holst du dir den Würfel. Wieder da rauf. Ja genau. Da ins Portal. Ja genau. Ja genau. Warte. Okay. Warte. Name es dir hier. Grabf'S. Ja genau. Ich habe es. Hier halt ne Menge aus. Fallschaden gibt es nicht. Fallschade. Wo ist ein bisschen Gue Das ist leicht verwirrend hier. Das ist verwirrend! Was? Warum? Was soll das? Du hast mich auch getötet! Ach, und? Hält nicht. Ich heißt Peabody. Peabody. Ich bin Atlas. Atlas! Weißt du, wenn auch Atlas heißt? Hast du mit dem Erdler geredet? Ja, genau so, was meinte ich. Orange, I hate. Irgendwie passt der Charakter dann auch irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Nein, es sind böse Witze und ich glaube nicht, dass die den Rest der Welt irgendwie interessieren. Was müssen wir hier eigentlich tun? Wir müssen, wir müssen da die... Ah, okay, verstanden das. Ah, okay, ich geh mal rüber. Ja, musst du mich das gefallen tun. Dü, 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 dü. Ich weiß nicht, ich hab so ein bisschen Angst zu sterben. Ah! Brauchst du ne, brauchst du ne... Jeder auf die Plattform. Feuer, geh hinten hin, schnell! Ah! Hier, öffnen! Öffnen! Was war's? Öffnen! Ne! Nein! So! Eckliches Wiesel. Yeah! Ja! Ja! Wo kann ich denn dir was geben? Da! Ja, genau. Ich war pingen, aber ich will immer ne Geste machen. Ah! Orange. Diese Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst. Die Wissenschaft liegt dir. Ahaha! 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 Das will ich mir nicht mehr. Will ich mir nicht mehr? Ja! So! Das hast du jetzt davon. Weißt du, was ich dazu sage? Dancefinger hier! Hast du die irgendwie freigeschaltet? Sind halt Erfolge hier oder so? Weiß nicht. Ich hab die halt. Ich hab die halt. Koffen. Gib mir mein Eis wieder. Ja, Kaffer! Okay, ich seh mehr aus wie Zäppchen. Stimmt. Ich bin der Zäppchen-Proboter. Verdammt, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt hab ich hier Bilder im Kopf. Bilder in meinem Kopf. Da kannst du nun mal nix gegen Wow Mein Gott Und die hat gewaltig Angst vor Spinnen Das ist ja wunderbar Wir haben nämlich bei uns ja hier unsere Spinnen hier drin Und die müsst ihr jetzt gleich schon die Flucht ergreifen So Mit Sirenengesang kriegen wir die Sterblichen Und ich mach mal speziell mit dem Punkt Ich mach mal speziell mit dem Punkt